Natürliche oder bearbeitete Steine? Daran fragt man sich, wenn man durch den Wald spaziert und auf ein Objekt vom Haldemann zukommt. Wenn man aber davor steht, wird es klar. Die archaisch wirkenden Steinbrücken sind in Scheiben gesaget und geschliffen worden. Dreiecksstein, so nennt der Bildhauer Walter Haldemann seine Installation. Man kommt sich vor, als hätte man eine Kultstätte entdeckt. Geheimnisvoll, unverrückbar, haben die drei Steine Zweisprach mit sich, aber auch mit uns. Mitten im Schotterkreis stehen die drei Monolithen und ziehen uns in den magischen Kreis hinein, in die magische Mitte. Und vielleicht ist man froh, wenn man diesen Steinen ein Geheimnis anvertrauen kann. Angel primär